Gesetzliche Rentenversicherung steht vor dem Kollaps. Bundesregierung duckt sich feige weg. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die deutsche Rentenversicherung beschwört es ja aktuell fast mantraartig, dass es ihr finanziell gut gehe, die Einnahmen gut sind. Was sie aber nicht sagt ist, dass die Alterung in unserer Gesellschaft erbarmungslos zuschlägt und dass die Zukunft, vor allen Dingen die finanzielle Zukunft der gesetzlichen Rente, richtig düster aussieht. Das ist im Übrigen etwas, worauf ich schon seit vielen Jahren auch in Videos und in Beiträgen immer wieder hinweise. Der Entwurf des Bundeshaushalts für 2023 sieht einen Rekordbundeszuschuss an die Rentenversicherung in Höhe von sage und schreibe 112 Milliarden Euro vor. Bis 2026 sollen es sogar 130 Milliarden Euro sein. Davon ist die Rede. Die seit Jahrzehnten bekannten Probleme, die mit den Babyboomern, mit gut 13 Millionen Menschen, die ab den Geburtsjahrgängen 1960 und folgend in Rente gehen, werden nicht angegangen. Das Demografieproblem wird still und schweigend von der Bundesregierung ausgesessen und auch von den Vorgängerregierungen ausgesessen. Viele unserer jüngeren Menschen vor allen Dingen in Deutschland, und das ist ja das entscheidende Problem, befürchten, dass sie im Alter nicht genug Geld haben werden und vernünftig leben können. Dagegen und gegen die demografischen Folgen tut aber unserer Bundesregierung nichts. In einer Umfrage erklärten 80 Prozent der befragten jüngeren Menschen, dass sie Angst haben, im Alter zu wenig Rente zu bekommen und deshalb in Armut abzurutschen. Martin Werding, der neue Wirtschaftsweise, hat Recht, wenn er von der Regierung eine umgehende Reformdebatte fordert. Die Bundesregierung darf sich nicht länger vor dem Altersthema wegducken, fordert Werding. In den 2000er Jahren waren es noch fünf Arbeitnehmer, die auf einen Rentner kamen. 2030 steht die Zahl 2 zu 1. Das ist wirklich erschreckend. Ohne Reformen wird es einen sprunghaften Anstieg der Sozialbeiträge auf 50 Prozent geben. Eine solche Belastung auf dem Rücken der jüngeren Bevölkerung ist unfair und grob ungerecht. Der neue Wirtschaftsweise, Werding fordert eine breitere Form der gesetzlichen Rente, die auch ein leicht höheres Rentenalter umfasst. Dass das den Arbeitgebern natürlich nicht gefällt und deren übliche Wutanfälle, das ist ja bekannt. Aber deren Forderung mit einer Rente mit 70 und auch einer Ausweitung der Wochenarbeitszeit von 40 auf 42 Stunden ist gelinde gesagt eine Frechheit und lächerlich. Werding sagt, Renteneintrittsalter soll bis auf das 68. Lebensjahr ausgeweitet werden. Wer das aber nicht kann, aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel, der soll nach den Vorstellungen von Werding mit geringen Abschlägen in Rente gehen können. Rentner sollen dafür aber auch gleichzeitig in der Zukunft geringere Rentensteigerungen erhalten. Entscheidender Kern der Reformforderung von Werding sind zwei Dinge. Erstens eine vollständige Einbeziehung aller Bürgerinnen und Bürger in die gesetzliche Rentenversicherung. Zweitens eine breitere Besteuerung von Reichen, Topverdienern, Großaktionären, Firmenerben und Besitzern von Teuerimmobilien. Und die Senkung der Überversorgung der Beamtinnen und Beamten in Deutschland. Eine solche große Reform des Renten- und Steuerrechts muss allumfassend sein, damit sie fair ist. Sie darf weder Rentner noch Beamte oder Reiche privilegieren. Von unserer Regierung kann man doch wohl bitteschön erwarten, dass sie sich nicht nur wegen den drängenden Fragen des Klimaschutzes, Ukraine-Krise und dem Wohlstand annimmt, sondern auch ein Leben im Alter ohne finanzielle Sorgen für die Zukunft organisiert. Es geht um unsere junge Bevölkerung. Wir, die Älteren, die wird von diesen Reformen nichts mehr haben. Aber wir müssen trotzdem dafür sorgen, dass die jüngere Bevölkerung nicht für die Fehler von uns leiden muss. Daher muss schnellstmöglich eine große Rentenreform her, damit die Jugend in unserem Land eine finanzielle Perspektive für das Alter sieht und keine Angst vor Armut haben muss. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Willkommen zu Ihnen? Willkommen zu den nächsten Mal. Ich wünsche Ihnen die Zukunft aufmerksamkeit. Wir müssen uns mit der Nähe des Zirn beendet. Wir machen aufmerksamkeit.